Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Radevorm-Wald. 1972 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 21.200 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Jochen Graf